Es war einmal ein keltischer Stammesführer, der hatte eine Tochter namens Isra. Isra war ein hübsches, kluges, liebenswertes Wesen, doch sie hatte einen furchtbaren Dickkopf. Als Isra nun in das Alter kam, wo es galt, einen Mann für sie zu finden, da dachte er Vater nach. Er wüsste so einige in seinem Dorf, die er sich vielleicht als Schwiegersohn vorstellen könnte und die vielleicht auch mit Isras Dickkopf zurechtkamen. Doch weil er seine Tochter liebte, so rief er sie zu sich. Isra, sagte er, es ist Zeit, dass du dir einen Mann nimmst. Ich will deine Wahl akzeptieren, wähle einfach einen aus den Männern unseres Dorfes. Isra wusste die Großzügigkeit ihres Vaters zu schätzen, ihr die Wahl zu überlassen und sie dachte nach. Nun, der, der war zu alt, der, viel zu jung, der, der war zu dumm, der war zu besserwisserisch, der war zu hässlich, der war viel zu eitel, der war zu groß, der zu klein, der war, nein, auch nicht wirklich. Und so sehr sie sich auch bemühte, am Ende konnte sie nur sagen, Vater, ich würde wirklich gerne einen der Männer wählen, doch es ist keiner dabei, den ich lieben könnte. Lieben? sagte er Vater verärgert. Wer redet von lieben? Wir reden von heiraten. Nein, Vater, sagte Isra, der Mann, den ich heirate, den muss ich lieben können und der muss mein Herz zum Pochen bringen, sonst nehme ich ihn nicht. Nun wurde der Vater doch etwas verärgert, dass seine Gutherzigkeit mal wieder so missbraucht wurde. Und er sagte, Isra, ich gebe dir heute Nacht, auf das du eine Entscheidung fällst, welchen Mann du nimmst, sonst wähle ich morgen für dich. Und nun, Isra, geh auf dein Zimmer. Und Isra ging, doch nicht auf ihr Zimmer. Sie packte ihren Umhang und verließ das Dorf. Viele, viele Tage wanderte sie, und sie kam an Höfe, sie kam durch Dörfer, sie kam in Städte. Sie traf Männer, die waren jung, die waren alt, die waren dick, die waren dünn, die waren klein, die waren groß, die waren klug, die waren dumm. Doch keiner brachte ihr Herz zum Pochen. Und als sie nach ihrer langen, langen Wanderung eines Tages an einen Wald kam, da blieb sie stehen. Denn dieser Wald, der war besonders. Sie war schon durch viele Wälder gewandert. Doch dieser hier, der war, der war besonders groß, besonders dunkel, unheimlich und still. Und als sie nach links blickte, ob sie nun wandern konnte, da schien der Wald nicht zu enden. Und auf der rechten Seite, da war es dasselbe. Müde und verzweifelt setzte Isra sich ins Gras. Sollte das das Ende ihrer Wanderung sein? Sollte sie zurückkehren müssen in ihr Dorf? Nun, nach all den Männern, die sie gesehen hatte, da kamen ihr der eine oder andere der Männern ihrem Dorf nun gar nicht mehr so übel vor. Trotzdem. Und wie sie da so saß, erschöpft und verzweifelt, da sah sie am Waldesrand einen Rosenbusch. Und obwohl es Herbst war, da trug der Rosenbusch die schönsten Blüten, die Isra je gesehen hatte. Und der Anblick zauberte ein Lächeln in ihr Gesicht. Ach, dachte sie, ich will eine dieser Rosen pflücken und sie bei mir tragen, damit sie mir Mut macht. Doch in dem Moment, wo Isra eine Rose brach, erschien hinter dem Busch im Wald ein Mann. Ein großer Mann in einem dunklen Umhang mit einem bärtigen Gesicht und er war sehr zornig. Und der Mann sagte, wer wagt es, hier eine Rose zu stehlen? Verzeiht, sagte Isra, ich wusste nicht, dass die Rosen jemandem gehören. Wisst, ich bin Isra und ich habe einen weiten, weiten Weg hinter mir und diese Rosen, sie, ach, sie sind so wunderschön, so dass ich eine mitnehmen wollte, um mir Mut zu machen. Da schlich sich vorsichtig ein Lächeln in das Gesicht des Mannes und es schien, als wäre es das erste Lächeln seit vielen Jahren, das sich auf seine Lippen legte und er sagte, ja, sie sind wunderschön, aber das bist du auch, Isra, und deswegen will ich so tun, als hätte ich nichts gesehen. Aber ich warne dich, gehe ja nicht in diesen Wald hinein, setze ja keinen Fuß in ihn, denn dies ist feenreich, und wenn du den Wald betrittst, so wirst du ihn nie wieder verlassen dürfen. Als Isra das Lächeln im Gesicht des Mannes sah und seine warme, tiefe Stimme an ihr Ohr trank, da begann ihr Herz zu pochen, wie es noch nie in ihrem Leben gepocht hatte, und erschrocken sagte sie, wer bist du, du Hüter des Waldes? Ja, sagte der Mann, ich bin der Hüter dieses Feenwaldes, Tamlin. Doch wisse, auch ich war einst ein Mensch und ach, wie gerne ich es wieder wäre. Eines Tages, da ritt ich durch diesen Wald, da überfiel mich eine bleierne Müdigkeit, und ich fiel von meinem Pferd, und als ich wieder erwachte, da befand ich mich in der Gewalt der Feenkönigin. Und so liebreizend und schön sie ist, was gebe ich darum, wieder ein Mensch zu sein? Isras Herz klopfte inzwischen so laut, dass sie das Gefühl hatte, Tamlin müsste es hören. Vorsichtig machte sie einen Schritt auf den Wald zu, doch Tamlin stellte sich ihr in den Weg. Und Isra sagte, wenn ich den Wald betrete, kann ich dann mit dir Hüterin des Waldes sein? Tu es nicht, sagte Tamlin. Tu es nicht, die Feenkönigin ist launisch und machtgierig, und man weiß nie, was ihr einfällt. Aber, sagte Isra, es muss doch eine Möglichkeit geben, dich aus dem Feenreich zu befreien. Ja, sagte Tamlin, doch es ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich dieser Gefahr aussetzt, denn Isra, du bist das liebreizendste Wesen, das ich je gesehen habe, und ich könnte nicht ertragen, wenn dir etwas geschehen würde. Und so standen sie, Tamlin, gefangen im Schatten des Waldes, Isra davor auf der Wiese im Sonnenschein, und sie konnten nicht zueinander. Und wer genau hinhörte, der hörte, wie ihre Herzen im gleichen Takt pochten, dass sie meinten, sie würden zerspringen. Irgendwann hielt Isra die Sehnsucht nicht mehr aus, und sie sagte, ach verdammt, sag mir gefälligst, was ich tun kann, und lass mich selbst entscheiden, ob ich es wagen will. Tamlin überlegte noch einen Moment, und dann meinte er, Nun gut, höre, in drei Tagen ist so ween, jene Nacht, in der wir Elfen in die Welt der Menschen reiten. Du musst dich am Waldesrand verstecken, doch betrete den Wald ja nicht. Es wird eine Schar Reiter kommen, allen voran die Feenkönigin, bleib versteckt. Es wird eine zweite Schar folgen, bleib versteckt. In der dritten Schar der Reiter, da bin ich auf einem weißen Ross. Und sobald der letzte Huf meines Pferdes den Schatten des Waldes verlässt, musst du mich vom Pferd reißen und festhalten, komme, was wolle. Nun, dachte sich Isra, das klingt gar nicht so schwer. In diesem Moment ertönte ein eigenartiger Pfiff aus dem Wald, und mit einem letzten Lächeln drehte Tamlin sich um und verschwand im Dunkel des Waldes. Die nächsten drei Tage schienen Isra ewig zu dauern. Sie hatte Angst, sie würde Tamlin nie wiedersehen, doch endlich, endlich kam die Nacht von Suwin, jener Nacht, wo die Schleier zwischen der Welt der Menschen und der Welt der Feen durchlässig sind, und sie hörte fernes Hufgetrappel im Wald. Sie versteckte sich hinter einem Busch am Waldesrand, da kam auch schon die erste Schar Reiter daher, allen voran die Feenkönigin auf einem silbrig, glänzenden, prächtigen Pferd. Und die Königin, sie war so schön mit ihrem langen, silbrig wehenden Haar, dass Isra ganz verzaubert war, so verzaubert, dass bereits die zweite Schar Reiter an ihr vorbei war, als sie wieder denken konnte. Gerade noch rechtzeitig, da kam die dritte Schar, und sie sah am Rande Tamlin auf seinem weißen Ross. Warten, warten, der letzte Huf des Pferdes verließ den Schatten des Waldes, da sprang Isra aus ihrem Versteck, sie riss Tamlin vom Pferd und umarmte ihn, so fest sie nur konnte. Ein Moment der Stille. Dann Tumult, Schreie. Tamlin ist verschwunden! Tamlin ist verschwunden! Die Feenkönigin zügelte ihr Pferd, riss es herum und prächte auf Isra zu, und ihre Augen blitzten, dass es Isra eiskalt über den Rücken lief. Doch sie hielt Tamlin fest und zuckte auch nicht, als die Feenkönigin kurz vor ihr erst zum Stehen kam. Sieh an, eine Sterbliche, sagte die Feenkönigin, meint wohl, sie könne sich mit mir anlegen. Die Feenkönigin schnippte mit ihren Fingern, und Tamlin in Isras Armen begann zu schrumpfen. Immer kleiner und kleiner wurde der Mann, und Isra, sie hielt den Blick fest auf die Königin gerichtet. Sie spürte, dass sie irgendwann nur noch ein kleines Mäuslein an ihre Brust drückte. Sie bemühte sich, nicht zu fest zu halten, um die Maus nicht zu zerdrücken, und doch hatte sie Angst, zu locker zu halten, sodass sie ihn verlieren würde. Doch sie schaffte es, das rechte Maß zu finden. Nun, sagte die Feenkönigin, vor Mäusen fürchtet sie sich also nicht. Na, wollen mal sehen. Wieder schnippte die Feenkönigin mit den Fingern und die Maus. In Isras Händen, sie wurde länger und länger und zappelte und zappelte, und irgendwann hielt Isra eine Schlange an ihre Brust gedrückt, deren spitze Zunge ihr ins Gesicht fuhr. Doch Isra hielt fest und starrte der Feenkönigin in die Augen. Nun denn, sagte die Feenkönigin, dann sehen wir doch weiter. Wieder ein Schnippen. Und die Schlange, in Isras Händen, sie wurde starr und fest. Sie wurde zu einem Stab aus Eisen. Und dieser Stab aus Eisen wurde heißer und heißer und heißer. Doch Isra, sie ließ nicht los. Sie presste den Stab an ihre Brust und starrte der Feenkönigin trotzig ins Gesicht. Schmerzenstränen rannen ihre Wangen herab und der Geruch von verschmortem Fleisch breitete sich aus. Da wusste die Feenkönigin, dass sie verloren hatte. Und mit einem wütenden Schnauben riss sie ihr Pferd herum und preschte schreiend davon. Mit einer letzten, großen Geste gab sie Tamlin seine menschliche Gestalt zurück. Und als nun wieder Tamlin als Mann vor ihr stand, da brach Isra erschöpft und verschmerzend zusammen. Als sie wieder erwachte, da lag sie auf einem Bett aus Moos und Tamlin hatte ihre Wunden mit den Blättern der Rose geheilt. Und die beiden gingen eng umschlungen und glücklich zurück in Isras Dorf, um ihrem Vater den Mann vorzustellen, den sie heiraten würde von ganzem pochenden Herzen. ZD-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z- Untertitelung des ZDF, 2020